Die Blasinstrumenten-Serien 650, 501 und 450 von Bach. Für den Spaß an der Musik von Anfang an. Mit seinem B-Connect CR651 bietet Bach die Möglichkeit, die Schönheit des Connect-Klanges gleich von Beginn an kennenzulernen. Der mittelgroße Bohrungsdurchmesser sorgt beim Spielen für eine direkte Tonansprache in allen Registern. Die Verwendung von Goldmessing schützt das Mundrohr vor Korrosion und erhöht die Haltbarkeit. Neusilber als härteres Material gegenüber Messing wird für den sogenannten Receiver verwendet und verringert die Gefahr, dass sich das Mundstück hier festsetzt. Präzise eingepasste Ventile aus Edelstahl sorgen für eine zuverlässige Funktion und ein angenehmes Spielgefühl. Ventilstiele aus Aluminium unterstützen die leichtgängige Ventilfunktion. Für eine schnelle und ergonomisch angenehme Regulierung der Intonation sind der erste und dritte Ventilzug mit einem Hebel, dem sogenannten Trigger, ausgestattet. Ein auf der Oberfläche eingebrannter Klarlack verleiht dem Connet ein glanzvolles Erscheinungsbild. Für eine besonders edle Optik sorgt eine optionale Hochglanzversilberung beim Modell CR651S. Ein versilbertes Original Vincent Bach Connet Mundstück ist im Lieferumfang enthalten. Ob zur Probe, zum Unterricht oder zum Auftritt, mit dem praktischen Etui mit Rucksackgurten kommt man überall gut an.